Ich möchte euch ein paar Dinge zeigen, dass die Hauptursache für den Tod zum Beispiel die Schuld ist und sie ist verfolgen zwischen vielen Ebenen es ist gut sie zu erkennen zu wissen wie das funktioniert und wie eine Bombe diese Schuld zu entschärfen und genau das machen wir hier also wir werden jetzt ein paar Schriftstellen euch vortragen damit ihr wisst, dass es auch das Wort Gottes ist, was wir hier predigen ich habe es aus dieser Bibel genommen aber ich habe es hier reingetan weil es für mich einfacher zu lesen ist also Matthäus 10 Vers 16 Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen Jesus also said that if they persecuted me, they'll persecute you too Jesus sagte auch wie sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen they hated me without a cause, they'll hate you sie haben mich gehasst ohne Grund, sie werden euch auch hassen but rejoice because they did the same thing to the prophets the carriers of truth aber freut euch, sie haben dasselbe mit den Propheten gemacht mit denen, die die Wahrheit getragen haben we are the light of this world wir sind das Licht dieser Welt we are the salt of the earth wir sind das Salz der Erde we are the candlestick of God upon the hill und wir sind der Kerzenständer Gottes auf dem Hügel if you blend you lose all of that wenn du dich mit dem Rest vermischst, verlierst du das alles there is something to overcome es gibt etwas zu überwinden pray for those who persecute you bete für die, die dich verfolgen there is a feeling of hurt da gibt es dieses Gefühl der Verletzung but I know better aber ich weiß es besser feeling is a feeling ein Gefühl ist ein Gefühl knowledge is knowledge Wissen ist Wissen one is rational the other thing is emotional das eine ist rational das andere ist emotional we need the word of God to use this rational mind which is in Hebrew called Razon und wir brauchen die Erkenntnis Gottes damit wir diesen rationalen Verstand der im Hebräischen auch Razon heißt we overcome all these bundles of different emotions and hurts and disappointments and so on und damit können wir dann dieses ganze Gebinde von Verletzungen von Enttäuschungen überwinden und dann gibt es noch diese Sache dass wir so stolz darauf sind so kompliziert zu sein wir fühlen uns dann so besonders weil wir so kompliziert sind oh for me it doesn't go so well for me it is this way for me it's that me 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 also für mich ist das gar nicht so einfach für mich sieht das ganz schön kompliziert aus für mich, für mich, für mich like you are the only one in the world that goes to the same thing so als ob du der einzige in der Welt wärst dem solche Dinge wieder fahren wenn du die Saat Gottes bist dann hast du die Verantwortung dich selbst einfach zu machen und nicht dich zu verkomplizieren du kannst als Erwachsener zu einem Kind werden das einfach und unschuldig ist that's why the Bible says choose ye this day deswegen sagt die Bibel wähle heute you can give in to your depression du kannst deiner Depression nachgeben or you can overcome it oder du kannst sie überwinden you can reach for a pill or you can reach for another pill du kannst die eine Pille nehmen oder du kannst die eine andere suchen the holy pill of God die heilige Pille Gottes it has a name die hat einen Namen choice Entscheidung in der siebten Generation war ein Mann der hat sich richtig entschieden das lesen wir im fünften Kapitel vom ersten Mosebuch und das ist sehr interessant er lebte so lange und er erzeugte diese Söhne und Töchter und dann starb er und dann kam der nächste der lebte so und so lange er erzeugte diese und jene Kinder und starb wenn der Tod so ganz normal wäre warum ist es dann extra erwähnt dass die Menschen gestorben sind und der gestorben ist und der gestorben ist und dann kommen wir zu Henoch Henoch ging mit Gott Gott nahm ihn er starb nicht logisch gedacht und logik bedeutet im hebräischen Razon gab es auch andere Menschen die nicht gestorben sind was ist das Geheimnis das wollen wir gar nicht wissen was denkst du wer du bist hier in diesem kleinen Raum ich bin von Gott gesandt für euch für diesen Tag für diese Zeit ich bin nicht in einem römischen Palast ich bin in dem Stall von Bethlehem denn die Weisheit ist dort nicht dort wo die Keniter sind nicht beim Unkraut nicht wo Fleisch und Blut ist sondern bei den Demütigen das ist die Weisheit aber das ist kein natürlicher Prozess dazu muss man sich entscheiden also hat Henoch Henoch sich entschieden und genauso glaube ich dass Eva nie gestorben ist Gott hat auch sie genommen es gibt keine Stelle wo geschrieben steht dass Adam seine Frau begraben hat später noch Abraham später lesen wir dann dass Abraham Sarah seine Frau begraben hat eine Entscheidung du kannst sein wie Sarah oder du kannst wie Eva sein du kannst dir aus dem Hebräerbrief heraussuchen denn da steht tatsächlich es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben und dann das Gericht oder du kannst Jesus zuhören in Johannes 8,51 verily, verily, verily truly, truly, truly I mean it can't be more than sure than this wahrlich, wahrlich, wahrlich das heißt es kann nicht wahrer sein als das truly I say to you wahrlich, ich sage euch he who keeps my word wer mein Wort hält keeps wer es hält does and keeps wer etwas tut damit chooses wer sich entscheidet and overcomes und überwindet shall never see death any kind of death da wird niemals irgendeine Art von Tod sehen Jesus was not a Greek philosopher my friends Jesus war kein griechischer Philosoph he was not going to philosophy thinking er war nicht in diesem philosophischen Denken he was not like Nietzsche nicht wie Nietzsche that's why there is no philosophy there deswegen gibt es dort wo Jesus spricht keine Philosophie if he said let your yes be yes let your no be no and anything above it like philosophy is evil Jesus sagte lass dein Ja ein Ja sein dein Nein ein Nein sein und alles was darüber hinaus geht jede Philosophie das ist böse ich vergleiche jede Philosophie mit Zickzack Wegen wisst ihr warum weil wir ständig versuchen um die Schuld herum zu kommen wir gehen um unsere gefühlsmäßigen Sachen drum herum wir versuchen Sinn in unserer Kompliziertheit zu finden und damit verkomplizieren wir alles noch mehr anstatt es zu vereinfachen aber anstatt auf diesem breiten Weg Zickzack zu laufen sollten wir das auf den schmalen Weg herabbrechen so when he says my yes means really yes und Jesus sagt mein Ja bedeutet wirklich Ja do you believe me glaubst du mir Martha says yes Lord und dann sagt Martha ja Herr I believe ich glaube that on the last day am letzten Tag in the future irgendwann in der Zukunft Jesus says I am the resurrection und da sagt Jesus ich bin die Auferstehung you're looking at me your brother Lazarus will live dein Bruder Lazarus wird leben yes I know ja ich weiß in the future irgendwann in der Zukunft theology das ist Theologie you can have theology or you can have a relationship living relationship with God du kannst entweder eine Theologie haben oder eine lebendige Beziehung mit Gott so that is an introduction only das ist die Einleitung heute choice Entscheidung so you are like sheep among wolves ihr seid wie Schafe die unter Wölfe gesandt sind aber ihr sollt weise sein cunning schlau schlau ja means your eyes have to be open you have to have eyes in your back das heißt deine Augen müssen offen sein und du musst auch hinten ein paar Augen haben you must have the extra perception du musst dieses extra Verständnis haben not everything physical nicht alles einfach nur physisch physisch spiritual eyes sondern oder vergeistlicht it's awareness being aware sondern es ist ein Bewusstsein du musst dir dessen bewusst sein do you ever have that feeling that somebody is looking at you in the back and you know it and you feel it hast du schon mal das Gefühl gehabt dass jemand dich von hinten anschaut und du wusstest das ja du fühlst das das ist Intuition das ist Intuition you can sharpen it und das kannst du schärfen and you will know all things und dann wirst du alle Dinge wissen Elisha was surprised when the shanamite woman was coming to him and said I don't understand it the law does not reveal it to me Elia war sehr erstaunt Elisha Elisa war sehr erstaunt als diese tsunamitische Frau zu ihm kam weil der Herr ihm das nicht offenbart hatte vorher also musste er spekulieren weil es ein anderes Gesetz gibt das Gesetz des Geheimnisses nobody knows das weiß niemand only the Lord nur der Herr aber es heißt auch dass Gott alles zuerst seinen Propheten mitteilt und Elisha ist God's Prophet und Elisa war doch Gottes Prophet so what's the problem wo war da jetzt das Problem dig it I know it already but that's another message findet es heraus ich weiß es it's already on the CDs it's on previous publications es gibt es auf der CD oder in den in books veröffentlichen in den Büchern those who seek find wer sucht findet those who pay price wer einen Preis bezahlt they are appropriated and it is theirs dann ist es rechtlich ihnen you eat bread from a bakery because you paid for this bread du kannst Brot vom Bäcker essen wenn du es bezahlt hast you come by grace this world free du kommst aus Gnade in diese Welt frei but how you leave this world that's up to you aber wie du diese Welt verlässt das liegt an dir so wisdom is something rational Weisheit ist also etwas rationales guilt free or innocence is something in your soul schuldfrei oder schuldlos unschuldig ist etwas was in der Seele stattfindet versteht ihr und weil die Europäer von den Griechen abstammen und Griechen nur denken sie tun nichts deswegen sind sie bankrott sie wollen das deutsche Geld denn die Deutschen arbeiten und arbeiten und die denken und die denken und die geben diese Vorstellung das haben sie uns gegeben wir geben ihnen das Geld sie verschleudern es und dann kommen sie wieder und wollen mehr das ist keine politische Veranstaltung hier nur ein kleiner Witz aber es ist so das ist so deswegen sagte Paulus in Römer 1 Vers 16 die Erlösung kommt zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen das ist Kraft nicht erst zu den Griechen die werden das verschleudern aber wenn du Vorurteile gegenüber den Juden hast dann wirst du den ganzen Ozean verpassen jeder Antisemit ist ein Idiot ein doppelter Idiot ein großer wenn du ein Problem mit einem Jew dann bist du ein großer Problem wenn du ein Problem mit den Juden hast dann bist du das Problem wenn du Gott liebst dann wirst du auch das Volk lieben das er sich auserwählt hat egal ob das gute oder schlechte Menschen sind wie können wir jetzt unschuldig wie Tauben werden Weisheit ist bei den Demütigen was ist Humility und was ist Demut Humility is to be empty of self of ego Demut bedeutet dass du leer von dir selbst bist dass kein Ego in dir ist so you are filled with something higher and better than just the self damit du mit etwas höheren und besserem gefüllt werden kannst als mit deinem Selbst self is conceited das Selbst ist betrügerisch yes it's conceited it's bigoted it's bigotry it's conceit it's almost the same ja bigotterie also es ist betrügerisch self righteousness self righteousness comes me 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 important me complex das Selbst verursacht Selbstgerechtigkeit ich 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 so nobody is as complex as I am that's the ich niemand ist so kompliziert wie ich das ist dieses ich it's true you are unique I am unique natürlich ist das wahr jeder ist einzigartig no one is the same niemand ist wie ein anderer but please never take pride in your complexities aber denkt daran werdet niemals stolz wegen eurer Kompliziertheit no if you have to be proud really make yourself proud of being simple wenn du wegen etwas stolz sein willst dann sei deswegen stolz dass du einfach bist make yourself simple mach dich selbst einfach like you make peace make simplicity wie du Frieden machen kannst so kannst du Einfachheit machen we have a fleshly satisfaction we go for this wir haben fleischliche Befriedigungen in Lukas 6 Vers 27 bis 29 in Lukas 6 Vers 27 bis 29 das ist der Gospel of Luke im Evangelium von Lukas but I say to you who hear you who hear love your enemies ich sage euch die die hören können liebt eure Feinde do good to those who hate you tut denen Gutes die euch hassen oh Lord that's too much aber Herr das ist doch etwas zu viel das ist doch unmöglich depends how you take it das hängt ganz davon ab wie du darüber denkst you see how you take it wie du es nimmst if you take it emotionally wenn du das gefühlsmäßig betrachtest impossible dann ist es natürlich unmöglich if you take it rationally wenn du es rational betrachtest you will say no problem dann sagst du kein Problem you know I am persecuted to this very day bis heute werde ich verfolgt I am ich werde es and I learned to rejoice in that und ich habe gelernt darüber mich zu freuen that's how important I am I am so important that people persecute me ich bin so wichtig dass die Menschen mich verfolgen you see think the same way it's not only for me und das gilt nicht nur für mich ihr könnt genauso denken so if I am persecuted wenn ich also verfolgt werde I said Lord in the earlier days I said punish my enemies da habe ich früher gesagt Herr bestrafe meine Feinde pay them back for the evils they have done to me unrighteously zahl ihnen das zurück was sie mir Böses angetan haben one night a person comes to my room und eines Nachts kam eine Person in mein Zimmer leans over me und beugt sich über mich that was Jesus I know I know him und das war Jesus weil ich kenne ihn he's not coming every night but maybe once every five years er kommt nicht jede Nacht vielleicht einmal in fünf Jahren he comes and says would it give you great satisfaction when I punish your enemies er beugt sich also so über mich und fragt würde es dir wirklich große Befriedigung geben wenn ich deine Feinde bestrafe oh Lord but if you put it this way also Herr wenn du das so sagst satisfaction no Befriedigung naja nicht wirklich and mercy arose from me und Barmherzigkeit ist in mir aufgestiegen Jesus they are blind leaders of the blind they do not know what they do Jesus sagte sie sind blinde Leiter die blinde leiten sie wissen nicht was sie machen so he gave me peace of his mind er hat mir ein Stück seines Denkens gegeben and I defused those bad emotions und damit habe ich diese schlechten Gefühle auslöschen können then I said Lord how can I love my enemies und ich habe dann gefragt Herr wie kann ich meine Feinde lieben simple ganz einfach heal them heile sie healing is an act of love Heilung ist eine Handlung der Liebe healing them of what aber wovon soll ich sie heilen es gibt eine Krankheit die heißt Feindseligkeit oder Feindschaft people don't know why they are your enemy die Menschen wissen gar nicht warum sie dein Feind sind have you met people that dislike you for no reason hast du einmal Menschen getroffen die dich nicht mögen ohne irgendeinen Grund all of us did jeder hat so jemanden getroffen that's a sick emotion das sind kranke Gefühle so I said come to me ich sage komm her zu mir and I'll heal you of this ich kann dich davon heilen because I know like a doctor knows denn ich weiß wie ein Arzt but you only feel und du fühlst einfach nur you feel sick you go to the doctor but the doctor doesn't feel sick he only knows wenn du dich krank fühlst gehst du zum Arzt und der Arzt weiß etwas der fühlt nicht der weiß etwas und entsprechend to his knowledge und entsprechend seines Wissens he diagnoses you stellt er eine Diagnose right and then he's trying to help you und versucht dir zu helfen but unfortunately medicine is very limited to tablets spritzen and operations and scalpels aber unglücklicherweise ist die Medizin sehr sehr begrenzt sie kennt nur spritzen tabletten und operationen god created you and he knows how to fix you god hat dich geschaffen und er weiß wie er dich reparieren kann this understanding will heal you und dieses Verständnis kann dich heilen 100% 100% that's what is happening to me denn das ist mir passiert I practiced this ich habe das getan don't take me wrong I get tired und seht das nicht falsch auch ich werde müde I sometimes get indigestion in my stomach und manchmal rumpelt es bei mir im Bauch auch all kinds of Durchfall sometimes manchmal habe ich auch Durchfall I am with people different foods strange things even in restaurants manchmal wenn ich mit Menschen unterwegs bin oder in anderen Ländern bin in verschiedenen Restaurants so you have to take something stronger than just water da muss man dann etwas stärkeres nehmen was zwar aussieht wie Wasser und das hilft once we went to Egypt and people didn't believe in drinking wine and everybody got sick wir waren einmal in Ägypten mit einer Gruppe und die Menschen die waren Christen und haben keinen Wein getrunken und jeder ist krank geworden und der eine der Wein getrunken hat war nicht krank das waren nur sehr schwache Bakterien da und das kleine bisschen Alkohol im Wein hat gereicht ich habe eine amerikanische Tour gehabt und das habe ich oft gemacht seit den 90er Jahren oh they are so holy they don't touch alcohol they are so holy und diese amerikanischen Christen sind so heilig sie rühren Alkohol nicht mal an so I said you come to the holy land but you are not holy when you sit on the toilet all day ich sagte ihr kommt jetzt ins heilige Land aber wenn ihr den ganzen Tag auf der Toilette sitzt dann seid ihr überhaupt nicht heilig I said listen every Israeli everyone who deals with tourism tells you this und ich sagte hört mir doch mal zu jeder der in Israel etwas mit Tourismus zu tun sagt euch das so you see when you travel with different people wenn du mit verschiedenen Menschen unterwegs bist you know that all of this is gonna pass it's not a permanent guest but a temporary guest dann weißt du dass all das wieder vorbeigeht das sind alles unwillkommene Gäste aber sie bleiben nicht zu lange is depression good or bad ist eine Depression gut oder schlecht so you know it's bad so it's a temporary guest ihr wisst dass sie schlecht ist also ist sie nur ein zeitlich begrenzter Gast why do you tolerate it warum tolerierst du sie dann kick it out tritt sie weg schmeiß sie raus entscheide dich to be sick is it good or is it bad krank zu sein ist das gut oder schlecht you already know it's bad ihr wisst dass es schlecht ist to be poor is it good or bad arm zu sein ist das gut oder schlecht you already know it's bad ihr wisst dass es schlecht ist to not be able to pay your bills is that good or bad wenn du nicht in der Lage bist deine Rechnungen zu bezahlen ist das gut no nein it's bad es ist schlecht but the preacher should be poor aber der Prediger der muss arm sein because if he's rich then he's proud and we cannot have that denn wenn er reich wäre dann könnte er stolz werden und dann können wir ihn nicht mehr gebrauchen and we are guilty und deswegen sind wir schuldig we must diffuse it wir müssen das entschärfen there is no happiness in being poor es gibt kein Glück im Arm sein why? because you've got no peace weil du dann keinen Frieden hast God is after the peace makers God will die Friedensmacher and those who dwell in peace und er will die die im Frieden wohnen greatest joy in the world for God is when you live in peace die größte Freude für Gott ist es wenn du im Frieden lebst not in struggle nicht in kämpfen physically, emotionally, mentally in physischen und emotionalen Schwierigkeiten so again I choose to be well also entscheide ich mich oder wähle dass es mir gut geht and this unwelcome guest goes away und dieser unwillkommene Gast muss gehen they are not permanent whatever it's not good it's an unwelcome guest und sie sind nicht permanent diese Sachen was nicht willkommen ist ist nicht permanent wie kannst du dich selbst vor Flüchen schützen hier in Germany there was always a lady coming to me and said you know quiet, quiet, quiet quiet, quiet people are cursing me you know and I have to defend myself in Deutschland da kam immer eine Frau zu mir und die sagte sei leise da sind überall Menschen die verfluchen dich du musst dich da irgendwo beschützen sie schauen schon wieder her komm wir gehen irgendwo hin und die da die macht Zauberei und in der Schule da und auf Arbeit mein Chef und das geht immer weiter und weiter und sie vertieft sich da hinein aber Jesus hat eine Lösung segne die die dich verfluchen padabim padabam padaboo so einfach ist das aber deine Feinde segnen das muss aus deinem Kopf kommen das kommt von einem gebildeten Denken und dieses Denken das musst du dir aussuchen du musst dich dafür entscheiden mit dem Wort Gottes erneuert zu werden wenn Menschen nicht auf die Ampel schauen und es eine Unterbrechung im Strom gibt dann gibt es ein Chaos Unfälle also muss die Elektrizität immer unterwegs sein sie muss immer fließen damit die Ampeln funktionieren und jemand und jemand muss darauf aufpassen und wenn etwas nicht in Ordnung ist dann gibt es noch eine Notstromversorgung und mit deinen Steuern bezahlst du das alles die Straßen und alles bezahlst du damit du bezahlst dafür warum wollen wir dann bei geistlichen Dingen auf einmal nichts mehr bezahlen wir schaffen uns selbst ein Chaos aus dem Einfachen schaffen wir ganz komplizierte Dinge bete für die die dich misshandeln heile sie von ihrer Feindschaft aber wenn die immer noch dein Feind sein wollen gibt es eine andere Lösung die Jesus uns gibt die Jünger kamen zu Jesus und sagten also was du den Pharisäern da erzählt hast das hat sie ganz schön beleidigt aber Jesus sagt was geht dich das an lass die Blinden die Blinden führen lass sie allein auch das ist eine Lösung warum sagte er das und wann sagte er es am Anfang hat Jesus viel mit ihnen diskutiert und unter anderem sagte er warum wollt ihr jemanden umbringen der euch die Wahrheit sagt das ist seltsam er hat sie fast gebettelt er sagte zu ihnen ich komme hierher um euch zu heilen um euch zu retten euch zu befreien und ihr wollt mich umbringen Abraham hat das nicht gemacht der angeblich euer Vater ist und so you went on and on and on und exhausted the time und Jesus ging weiter und weiter und weiter und hat die Zeit verschwendet aber alles was die Pharisäer zustande gebracht haben war beleidigt zu sein Jesus sagte dann ich bin von oben ihr seid von unten und deswegen sagte er zu seinen Jüngern lass sie allein beschütze deine dein wie sagt man das deine psychische Gesundheit die psychische Gesundheit ja geh doch nicht ständig zu den Feinden die gar nicht geheilt werden wollen Jesus sagt wer zu mir kommt den werde ich nicht abweisen den werde ich heilen macht das Sinn es bringt nichts wenn du überall hingehst und suchst wo jemand ist der dich verflucht oder dich krank machen will ich kann mich an Christen erinnern die sagen also wir machen uns mal auf und suchen mal den Teufel jetzt wir gehen mal in das Rotlichtviertel und suchen dort den Teufel lasst uns mal etwas finden was wir dort verändern können zum guten Wenden aber womit willst du das ändern die Welt schaut nach Weisheit sucht Weisheit aber nicht irgendwelche Religionen die Welt ist müde von der Religion sie wollen etwas Weises etwas Hilfreiches etwas Hilfreiches irgendwas was Einsicht bringt was logisch und gerade ist diese Menschen ziehe ich an und sie kommen das ist jetzt eine neue Generation wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt dann halte ihm auch die andere hin und wenn jemand dein Hemd will dann gib ihm auch deinen Mantel gib jedem der dich bittet und wenn jemand dir etwas wegnimmt was dir gehört dann fordere es nicht wieder zurück behandle jeden so wie du behandelt werden möchtest dann he says in verse 32 if you love those who love you what credit is that to you und dann sagt er in vers 32 Lukas 6, 32 wenn ihr liebt die euch lieben was ist das dann für euch all das ist das basiert auf Weisheit nicht auf deinen Gefühlen in griechischen Psyche is one soul and mind im griechischen gibt es das Wort Psyche und das beinhaltet beides sowohl den Verstand als auch die Gefühle ihr kennt sicherlich den Ausdruck ich weiß was ich fühle ich habe viele Menschen sagen hören ich weiß was ich fühle nein du weißt nicht was du fühlst jede Sekunde fühlst du etwas anderes wir sind ständig von außen bombardiert mit irgendwelchen Gefühlen die gehen in unsere Seele wenn die Menschen etwas von dir wollen dann haben sie etwas gegen dich oder sie sind für dich und das fühlst du ihr wisst das deswegen musst du eine Festung haben einen hohen Turm einen stabilen Turm und das ist dein Verstand und damit kannst du das alles abschütteln nicht analysieren so viele Menschen kommen zu mir und fragen mich wo kommt denn das alles her diese ganzen Gefühle ist das dämonisch kommt es aus der Hölle oder aus welcher Region kommt das und ich sage zu ihnen das kommt von deinen Vorfahren von deinen mütterlichen väterlichen Vorfahren wenn deine Mutter dich in ihrem Bauch getragen hat und schockiert war dann ist dieser Schock auch in dir gewesen wenn sie eine schwierige Geburt hatte so wie Eva die hasste ihre erste Geburt wo sie kein geboren hat Mütter sind ganz wichtig sehr wichtig ich habe eine wunderbare Mutter und ich habe mich gut entwickelt nicht jeder hat dieses Glück diesen Vorzug aber all das lässt sich ändern du kannst deinen Eltern nicht die Schuld dafür geben du selbst kannst alles verändern du kannst die Zeit umkehren all das kann geändert werden mit der Erkenntnis Gottes aber das ist eben eine Erkenntnis nicht nur eine Predigt also sagt Jesus wenn du denen Gutes tust die dir Gutes tun was hast du für einen Dank davon worum geht es ihm hier er sagt selbst Sünder tun das er sagt wenn du jemandem etwas leihst von dem du es auch wieder zurückerwarten kannst was hast du davon selbst Sünder leihen anderen Sündern um den gleichen Betrag zurückzuerhalten und so weiter und so fort aber liebe deine Feinde leih jemanden und erwarte nichts zurück erwarte nichts zurück und dann wirst du ein Sohn und darum geht es Jesus du wirst ein Sohn des Allerhöchsten diese Dinge bringen uns zur Sohnschaft und dann kommt die Multiplikation die Vervielfachung suche zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann werden alle anderen Dinge mehr als genügend dazugefügt werden denn der Allerhöchste Gott ist gnädig oder sanftmütig den unheiligen Menschen gegenüber seid barmherzig so wie euer Vater barmherzig ist richte nicht und dann wirst auch du nicht gerichtet werden und verdammt niemanden dann wirst auch du nicht verdammt werden vergib und dann wird dir vergeben werden gib und dann wird dir gegeben werden und dann wird dir in deine Tasche ein gutes Maß gegeben ein zusammengerütteltes gedrücktes Maß das überfließt denn entsprechend dem Maßstab den du anlegst wird dir auch gemessen werden das ganz bewusst zu machen so wie wir das jetzt tun ist fast unmöglich aber wenn du dir mal vorstellst dass du dich selbst von dem Standpunkt Gottes aus betrachtest dass die Sonne auf die Gerechten und auf die Ungerechten scheint und du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist dann machst du das gleiche aber um das tun zu können musst du einen Wert darin sehen und das ist unser Problem es geht uns immer darum was springt für mich dabei heraus was für Sicherheiten habe ich welche Garantie gibt es so funktionieren Banken die Vögel bauen Nester und lieben ihre Jungen und sie kämpfen sogar gegen Adler um ihre Kinder zu beschützen weil sie ihre Kinder lieben und das machen wir auch aber das bedeutet nicht dass du deswegen ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist wollen wir uns erheben höher erheben wenn wir das wollen wenn wir das wollen dann werden wir verstehen müssen dass Schuld durch die Religion kam warum ist das so weil in der Religion Kontrolle herrscht ich habe schon mal gesagt ihr solltet euch mal euch selbst vorstellen vom Standpunkt Gottes aus kannst du dir vorstellen dass ein Vater dich mit der ewigen Hölle bestraft nur weil du seinen Sohn Jesus nicht angenommen hast obwohl er doch durch seinen Sohn sagt und die Rache ist mein richte nicht die Religion will davon nichts hören obwohl die Religion auch die Bibel nimmt aber sie verdreht sie etwas um dich zu manipulieren ich bin aus der Religion herausgekommen ich bin frei und ich bin dafür verantwortlich andere Menschen auch frei zu setzen denn in Gebundenheit gibt es keine Freude und auch keinen Frieden Liebe, Freude und Frieden sind die Früchte des Heiligen Geistes wie können wir ohne diese Dinge Gott gefallen du kannst natürlich jetzt sagen nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach aber da gab es schon jemanden der gekreuzigt wurde das ist nicht deine Aufgabe meine Freunde nimm dein Kreuz lieber auf dich und nagle deine Schuld daran das ist die Bedeutung des Kreuzes und dann bist du frei das ist das Kreuz die Möglichkeit etwas daran festzunageln forgive us as we forgive vergib so wie wir vergeben die Schuld bringt den Tod ich möchte nur ein Beispiel aus ganz vielen Beispielen euch vorgeben die Neue Testament kommt zu uns aus dem Alten Testament you cannot disregard die Neue Testament because the meaning of the New Testament comes from the Old Testament ich denke wir wissen das alle dass das Neue Testament aus dem Alten Testament kommt und dass man das Neue Testament nicht ohne das Alte Testament verstehen kann und das Alte Testament nicht ablehnen darf Exodus 28 verse 43 2. Mose 28 43 they shall be on Aaron and on his sons when they enter the tent of meeting and or when they approach the altar to minister in the holy place so that they do not incur guilt and die und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben es geht hier um die Beinkleider wenn sie in das Zelt der Zusammenkunft eingehen oder wenn sie am Altar dem Altar nahen um den Dienst im Heiligtum zu verrichten dass sie nicht eine Ungerechtigkeit tragen und sterben eigentlich steht hier dass sie nicht schuldig werden und sterben im Hebräischen steht da wirklich schuld dass sie nicht schuldig werden das heißt dass sie nicht wegen dieser Schuld sterben müssen wenn sie mit den heiligen Dingen Gottes Umgang haben ohne Respekt ohne Respekt und ohne Erkenntnis so Erkenntnis entschärft Schuld heile die Schuldigen von ihrer Schuld entschärfe sie mach es leicht liebe deine Feinde und mach es für die einfach die dich versuchen schuldig zu machen ihre Liebe oder ihre Zuneigung die kann so ernsthaft sein dass sie Schuldgefühle verursachen wenn sie dich einladen zum Mittagessen und sagen du musst kommen ich hab extra etwas ganz Besonderes gebrochen und wenn du nicht kommst dann werde ich sehr ärgerlich sein und sie denken dass sie so etwas Gutes getan haben lebe und lass leben schaff Raum und Gnade binde niemanden an dein Selbst auch nicht an deine Nettigkeit ich hab Menschen sagen hören wenn du nicht zum Essen kommst werde ich dir das nie vergeben you must eat my schnitzel no I don't have to but it's a good pork but I don't eat pork nein ich müsste ein schnitzel nicht essen aber es ist so ein gutes Stück Fleisch äh Schwein ich esse kein Schwein can you respect that kannst du das respektieren but we are not under the law aber wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz but I choose to be under the law aber ich hab mir ich hab mich entschieden unter dem Gesetz zu sein but you're not saved by the law aber du wirst doch nicht durch das Gesetz gerettet I know I'm already saved I know I'm already saved man that's the news ich weiß ich bin doch schon gerettet these things are not good for me I choose what is good for me aber Schwein ist nicht gut für mich und ich nehme das was gut für mich ist can you respect that kannst du das respektieren guilt free living das ist schuldfreies Leben isn't that good ist das nicht gut live and let live lebe und lass leben what's the problem what's the interconnections what is this you must stay in my house was ist das Problem damit was ist was steckt da dahinter du musst bei mir wohnen I'd rather stay in a hotel ich wohne lieber im Hotel wenn der Hammer das Geld zur Verfügung stellt dann wohne ich lieber im Hotel that's fine das ist in Ordnung the Dutch have this bei den Holländern ist das so they won't press you fine freedom sie üben keinen Druck aus die sind frei in Poland no they press you you must I'll be angry aber in Polen da ist das so du musst du musst sonst bin ich ärgerlich and they call it Gastfreundlichkeit Freundschaft das nennen sie Gastfreundschaft no it can turn into guilt das kann Schuld machen you don't need this und das braucht niemand it is our responsibility to be guilt free es ist unsere Verantwortung schuld frei zu sein we can be so righteous so good that we make other people guilty wir können so gerecht und so gut sein dass wir andere Leute schuldig machen damit get liberated get liberated it's wonderful life without it werdet befreit lasst euch befreien davon es ist ein wunderbares Leben ohne das alles they want to keep you captive to themselves through guilt es gibt Menschen die wollen dich gefangen halten oder dich binden an sich durch Schuld Jesus came to release the bound up bring freedom aber Jesus kam um die gebundenen zu befreien um Freiheit zu bringen er hat das Buch Jesaja geöffnet und sagte heute ist vor euren Ohren dieses Wort in Erfüllung gegangen hallelujah freedom ich proclamiere Freiheit für euch eine Amnestie von jeder Schuld klingt das nicht gut eine Amnestie von jeder Schuld und das hat Jesus vor dem Kreuz begonnen und am Kreuz sagte er es ist vollbracht und dann starb er und am dritten Tag hat er seinen Körper da angeschaut wenn ich nicht wieder da hineingehe dann kann die Aufgabe nicht vollendet werden kannst du dir vorstellen wie ungemütlich das für einen Geist ist wenn er in einen toten Körper wieder hineingehen muss dieses helle Licht was da in dem Grab war war nicht von dem Engel es war von dem Blut von Jesus das sich in Licht verwandelt hat die CDs von der Schweiz ist das gut erklärt er hat deine Schuld genommen und das musste in sein Blut hineingehen und er musste Sühne dafür tun weil das Bild davon unser Bild im Blut ist Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt aber das Blut Marias war in ihm das irdische Blut das irdische Blut und dieses Blut musste er überwinden er musste vom Satan und vom Teufel versucht werden und beides musste er überwinden die Temptation in der Schrift das war das ist Satan es war diese Versuchung in der Schrift in der Erkenntnis der Schrift das hat Satan gemacht und der Teufel der versuchte ihn in dem Wohlstand und in der Macht der Welt zu versuchen er hat also auf der einen Seite den Pump und den Ruhm dieser Welt überwunden und auf der anderen Seite den Mangel an Erkenntnis es steht geschrieben als sie die Evangelien geschrieben haben da haben sie aufgeschrieben an was sie sich erinnern konnten 40 Tage 40 Tage 40 Tage ging das hin und her und hin und her und Jesus sagte immer wieder es steht geschrieben und dann ist Satan weg er hat seine Aufgabe erfüllt und keiner denkt daran dass es der Heilige Geist war da Jesus in die Wüste geführt hat wo er Satan und den Teufel treffen soll die Menschen denken dass es alles zufällig war und das kommt vom Dualismus das Böse kommt vom Teufel das Gute kommt vom Gott und beides kommt nein der Heilige Geist hat Jesus genommen und sagte hier steht Satan im heutigen Denken wäre so etwas unmöglich aber es steht so geschrieben denn Satan kam das keinem anderen Buch als der Bibel und Gott hat ihn geschaffen und Gott kann aus Raphael Satan machen er kann aus Gabriel Satan machen und er kann aus Michael Satan machen er kann jeden Engel in Satan verwandeln weil er Gott ist er kann tun was er will denn er ist der Schöpfer Amen Amen you must know that kind of God diesen Gott müsst ihr kennen und dann bist du unter ihm so you see the point is der Punkt hier ist about the blood this is very important I'm not gonna give you the message but the message is gonna evolve even more as a last meeting there der Punkt ist es geht hier um das Blut ich werde nicht alles wiederholen aus der Schweiz ich möchte nur dass ihr merkt dass das immer weiter geht dass diese Botschaft sich vergrößert das zweite Überwinden des Blutes von Maria das in Jesus war das war in Gethsemane als er Blut geschwitzt hat waren das die letzten Tropfen des alten Blutes die aus ihm herauskamen und das musste er ganz allein tun seine Jünger haben alle geschnorcht und als er das überwunden hat sagte er an Johannes 10 Vers 16 17 niemand kann mir mein Leben wegnehmen ich selbst lege es nieder ich als Ben Adam als Sohn des Menschen ich lege es nieder niemand kann es wegnehmen in Gethsemane Peter in Gethsemane hat Petrus sein Schwert genommen und dem Diener des Hohen Priesters das Ohr abgeschlagen Jesus sagte denkt ihr nicht dass ich mir eine Legion Engel hierher bestellen könnte diese Legion der Engel war für das Verständnis von Petrus gemeint für seine Vorstellung wow eine Legion Engel das natürliche Denken das denkt in Zahlen aber Jesus sagte nein ich habe die Macht es niederzulegen und die Macht es wiederzunehmen sie haben ihn das letzte Mal versucht und sagten komm runter von diesem Kreuz wenn du der Sohn Gottes bist aber da hat er hat er dich und mich angeschaut durch alle Zeitalter und seine Liebe war stärker und es war noch mehr sein Blut war siegreich es war gestempelt markiert mit Sieg und dann sagte er es ist beendet aber vorher sagte er geht er und sagt zu Johannes das ist deine Mutter Maria ich bin nicht mehr ihr Sohn für Katholiken ist das schwierig denn es ist ja die Mutter Gottes aber ist Gott geboren unser Gott hat keinen Anfang und kein Ende aber Jesus war gezeugt im Himmel und auf der Erde versteht ihr und wir sind seine Geschwister er ist der Erstgeborene er hat den Mutterschoß geöffnet im Geist und auf der Erde das ist immer zweifach weil es ja irdisch oder physisch und geistlich ist Johannes sagte jeder der nicht glaubt dass Jesus physisch geboren wurde den Mutterschoß geöffnet hat auf der Erde der ist vom Antichristen die Gnostiker was ja Griechen sind die hatten diese wunderbaren Vorstellungen wie Jesus da irgendwie vom Himmel heruntergeschwebt kam auf die Erde von dem Tag an John took Mary als seine Mutter aber von dem Tag an hat Johannes Maria als seine Mutter angesehen und jetzt stirbt Jesus aber sein Blut triumphiert drei Tage schaut er seinen Körper an er hat ihn niedergelegt wie ein Gewand hat er seinen Körper ausgezogen und in das Grab legen lassen und als die Zeit kam geht er wieder hinein in diesen Körper und dann scheint ein helles Licht und dann ist er weg dann kam der Engel und rollt den Stein weg und dann sagt er zu den Frauen er ist nicht mehr da oh here I am my disciples nein hier bin ich weg here I am again und hier bin ich more I eat fish I eat bread I cook breakfast for you und dann hat er Brot und Fisch gegessen er hat für seine Jünger Frühstück bereitet und er sagt so wie ich überwunden habe könnt auch ihr überwunden ich habe eure Schuld auf mich genommen und ihr könnt euer Blut verändern ihr könnt euer Blut schuldlos machen und wenn ihr das Bild Gottes in eurem Blut werdet wenn das Bild Gottes in eurem Blut ist dann wird Gott euch mitnehmen ich gebe euch hier nur ein paar Stücken um euch zu inspirieren man kann nicht alles in einer Theologie zusammenfassen und dann damit übereinstimmen es braucht Zeit du musst dich auf eine Reise begeben vom Alten Testament bis zum Neuen Testament haben wir es immer wieder mit Schuld zu tun und mit Sühnung für diese Schuld das Bekenntnis der Sünden in Matthäus 6 Vers 11 steht vergib uns unsere Schuld so wie wir denen vergeben die an uns schuldig geworden sind in Lukas 11 Vers 4 und vergib uns unsere Sünden so wie wir anderen vergeben die an uns schuldig geworden sind oder die gegen uns gesündigt haben das ist eine Abhängigkeit versteht ihr habt ihr das gehört your guilt free living was passiert was passiert your smile jeder lacht it's normal nur der Reinhardt schreibt say you're precious du bist kostbar und jeder lacht das was du siehst das erntest du Leviticus Leviticus what is this chapter 3 3rd Moses 28 3. Mose 28 verse 9 until 12 verse 9 bis 12 there is no 28 9 until 12 Leviticus 28 that's 4th that's 4th I think Leviticus Numbers is 4th so it's 3rd so I will turn towards you and make you fruitful and multiply you and I will confirm my covenant with you also hier steht 3. Mose 28 9 bis 12 ich finde das hier nicht egal ich werde mich dir zuwenden und werde dich fruchtbar machen und werde dich vervielfältigen und ich werde meinen Bund mit dir bestätigen and you will eat the old supply und du wirst das alte essen and clear out the old because of the new und du wirst das alte wegtun oder bereinigen das alte bereinigen wegen dem neuen how many of you are willing to do that wer von euch ist willens das zu tun get rid of the old because new is coming das alte wegtun weil das neue kommt god doesn't want to overfeed you overburden you god möchte dich nicht überfüttern oder überlasten moreover i will make you dwelling among i will make my dwelling among you und dann werde ich meine wohnstätte unter euch machen do you know how much god desires to dwell among you wisst ihr wie sehr es gott danach verlangt unter uns zu wohnen und dann steht da meine seele will dich nicht wird dich nicht ablehnen god hat auch eine seele he said you please me this is my beloved son in whom i'm well pleased und er sagte das ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen habe und das wird ein wunderbarer tag wenn dir das passiert meine seele hat wohlgefallen an dir ein wunderbares wort manchmal sagt der herr das zu mir das ist ein wunderbarer tag i will also walk among you und ich werde unter euch wandeln und euer gott sein und ihr sollt mein volk sein now compare this with the new testament that john 14 verse 23 and 24 und wir wollten das einmal mit johannes 14 vers 23 vergleichen jesus answered and said to him if anyone loves me jesus sprach zu ihnen wenn jemand mich liebt he will keep my word wird er mein wort halten my word will keep er wird mein wort halten and my father will love him und mein vater wird ihn lieben and we und wir werner where are you messed up brain he is not here they have to have physical god always es muss immer einen physischen god und statuen geben god is spirit jesus was the reflection of god the spirit god is geist und jesus war die widerspiegelung gottes he did everything what the father told him to do he obeyed father completely so when you saw jesus you saw the father because he was reflecting him jesus hat alles getan was der vater ihm aufgetragen hat oder was der vater getan hat und das bedeutet dass er alles getan hat oder was er getan hat was wir sehen konnten damit haben wir den vater gesehen weil er ja den vater reflektiert hat in seinen tun he will come to him and make our abode with him wir werden zu ihm kommen und werden unsere wohnung bei ihm nehmen logos the word and the almighty god das logos das wort und der allmächtige god the firstborn son der erstgeborene sohn and the father und der vater warum because we are one family weil wir eine familie sind you cannot be a family of god without the firstborn du kannst nicht zur familie gottes gehören ohne den erstgeborenen sohn and no father can have ten firstborns und kein vater kann zehn erstgeborene haben only one er kann nur einen haben logisch ist das logisch oder nicht he who does not love me does not keep my words wer mich nicht liebt hält meine worte nicht oh that's what many say we don't have to keep anything und das ist das was ganz viele sagen wir müssen nichts mehr halten think think philosophy think es reicht wenn wir denken und philosophieren we don't do anything wir machen nichts mehr if you keep my words and the word which you hear is not mine he says wenn ihr aber meine worte haltet und das Wort was ihr hört ist nicht das meine oh Jesus this is your word aber Jesus du bist doch das Wort you are the logos du bist doch logos no nein but the father who sent me that's his word sondern es ist das Wort des Vaters der mich gesandt hat he is the harp the father plays Jesus ist die Harfe auf der der Vater spielt he makes the sound er macht den Klang he is the logos er ist das Logos versteht ihr das your well being depends on this understanding dein Wohlergehen hängt von diesem Verständnis ab oh yeah